So Freunde, heute sind wir hier im Tropi in Albstadt. Albstadt, nicht Baling, Albstadt. Ganz wichtig, ne? Waren wir noch nie. Ein ganz geiler Laden eigentlich. Guck mal, hier ist der Sascha. Der baut auf, ne? Hallo, ich bin wieder am Schwitzen wie die Sau. Ja, Sascha Villa. Ist ja immer, immer, ist er auch. Scheiße, wir werden zwar immer am Arbeiten, jetzt ist der Schalig. Die einen bauen auf, die anderen bauen ab. Ja, das stimmt. Man kann das so sehen, wie man will. Irgendwie klein, aber fein, aber irgendwie ein geiler Laden. Schaut mal an. Soppi, 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 soppi. Soppi, 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 soppi. Einige, ganz schön. Wird auch schön voll werden heute. Mal gucken, was passiert. Gehen wir mal im Backstage-Bereich rein, ne? Im Backstage-Bereich, so. Guck mal hier, auch nicht schlecht. Auch cool. Da hab ich meine Klamotten. Oh, ja, gestern ist mir die Hose gerissen vor der Show in Augsburg. Vor der Show. Wie kann einem vor der Show die Hose reißen? Aber es war geil, meine neue Erfahrung live zu spielen. So mit Gaffa-Tape. Also alles mit Gaffa-Tape. Ich weiß gar nicht, Gaffa-Tape ist so eine geile Erfindung. Ohne Gaffa-Tape könnten wir gar nicht als Musiker überleben. Jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken, weil heute ist es ein bisschen riskant, auch jetzt mit dieser Gaffa-Tape-Hose da durch die Gegend zu retten. Du hast immer das Gefühl, das ist Kacke-Einigung. Das ist total scheiße, ey. Okay. Und dann krieg ich mal die Hose von Matthias heute. Mal gucken, ob die mir passt. Das ist alles ein Chaos, ey. Haut rein! Wie ist es? Oh, darfst du nicht hauen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin doch am... Ich mach keine Fehler, ich erschaffe Katastrophen. Uwe ist für seine T-Shirt-Sprüche bekannt. Das ist Wahnsinn. Da ist hier weiß, ne, am Basteln, am Basteln aufbauen. Bastelstunde. Genau, Bastelstunde. Basteln am Morgen, vertreiben Kummer und so. Geil, ne? Ist ja schön. Aber geiler Name. Mit wem sind wir denn da dran? Hä? Mit wem sind wir denn am Telefon? Keiner, mit YouTube. Ach so, mit YouTube. Was los ist da? Einfach mit YouTube. Uwe, hast du denn auch gestern ein Wörtchen lassen in den Verkauf? Nö. Ach, 50 Euro. Geil, da war der Umsatz gestern ja Wahnsinn. Wahnsinn. Geil. Wie kommen wir jetzt? Ah, da haben wir gerade aufgestanden. 2 Uhr. Wahnsinn. Matthias. Ja? Alles klaro? Ja. Dann gehen wir zu Matthias. Mal gucken, was der sagt. Matthias, alles klaro? Ja, alles klar. Ja. Bist du schon aufgebaut? Ne, noch nicht. Da unten steht mein Equipment. Da bleibt es auch stehen. Okay. Und ich werde jetzt gleich einen starken Mann suchen. Also bleibt es da stehen. Hast noch kein Gefolge. Ja. Einfach mal nach der Charlie wieder tragen. Ja, komm. 1, 2, 4, 3. Geht doch. Genau. So, geschafft. Wir sind fertig. Das war's. Geil. Geil. Wo baust du dich denn auf? Ähm, da rechts in die Ecke. In die Ecke? Okay. Charlie hat mir gesagt, ich soll da rechts in die Ecke gehen. Und dann habe ich da meinen Zaun. Okay. Ich bin gespannt. Das ist aber sehr tief da noch alles. Naja, mal gucken. Naja. Schauen wir mal. So weit, so gut. Mal gucken. So, und weiter geht's. Was haben wir denn hier? AXS Spectrum. Wow. Auf unseren. Andi Krause. Ein Rattes. Zick, zack, zick, zack. Guck mal da oben. Andi Krause. Das geht gar nicht kaputt. Das ist eine harte Luftball. Jetzt. Guck mal hier, Freunde. Live anschneiden. Uwe, filmst du auch richtig? Direkt über das Dreik? Juhu. Andi, das ist der Hammer. Dankeschön. Danke, Andi. Ist das Low Carb? Voll Low Carb. Ich drehe die Barsch. Veganer als Käsekuchen. Alles bestehen wir ja gemacht. Hast du eigentlich die Hände gewaschen? Ich hab die Hände gewaschen, ja. Nachdem ich pinkel war und kacken hab ich die Hände gewaschen. Ihr wisst schon, was der eigentlich für mich ist, ne? Der ist eigentlich für dich. Ich kann auch gar nichts davon essen. Du isst den jetzt auch alleine. Das filmen wir jetzt. Hör mal, da ist aber die Konsistenz. Da ist ein bisschen wenig Butter drin. Der rollt sich. Guck mal da. Dir kennst du mit Butter auch. Wollen wir da auch unterschreiben? Ja, aber mach das hinterher. Das kannst du auf deinem Stück machen. Lieber Rob. Ich geh mal rum. Komm, wenn die Stückchen mal kleiner. Ich hätt keinen Wurf. Mach doch deine Finger auf. Was für Finger? Ich muss noch singen. Andi, das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank. Probier doch erst mal. Der sieht alleine schon gut aus. Probier doch erst mal. Das weiß, wie der schmeckt. Rob ist der Vorkoster. Komm mal, du kriegst das. Ah, ich muss das. Der heißt auch Käsekuchen, Rob. Rob ist Experte. Das ist gut. Wenn Rob ausfallen sollte, haben wir immer noch das Band. Vorkoster. Messer oder so, komm. Messer und Gabel brauchen wir doch nicht, Andi. Und? Dörg und ich machen immer Wüste. Los, ne? Wir sind hier für Whisky-Tessig. Ohhhh. Dankeschön. 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 Im Abgang auch ein bisschen. Ja, das klebt. Ja, die Butter fehlt. Da muss ich jetzt auch ein Stück essen. Ja, scheiße. Ich nehme das kleine hier. Ich muss noch auf der Bühne sein. Ich nehme das auf. Ja, aber gut. Du bist untergegen. Ja, ich weiß. Ich bin untergegen. Untergegen. Hör mal, das Access Logo sind Lebensmittelfarben. Ach, ne? Aufkleber. 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 Plastikaufkleber. Aufkleber. Da bin ich ja wieder geil. Da ist nur ein Plastikaufkleber mit. Bitteschön. Matthias. Dankeschön. Das darfst du machen. Andi hat mir geschrieben auf Facebook, der ist vergiftet. Aber ich habe ihm gesagt, wir sind... Ciao Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao Andi. Ciao Andi. Mach's gut. Ciao. Danke.